Die 7 besten Basic Sneaker für Damen Ich habe mir die Apu Sneaker Damen atmungsaktiv Laufschuhe, Turnschuhe, Sportschuhe gekauft und bin sehr zufrieden. Sie sind leicht und atmungsaktiv, was mir beim Laufen sehr wichtig ist. Sie sind auch sehr rutschfest, was beim Laufen sehr wichtig ist. Sie sehen auch sehr gut aus und passen zu all meinen Outfits. Ich kann sie auch für verschiedene Sportarten verwenden und sie sind sehr bequem. Ich kann sie jedem empfehlen, der nach einem guten und bequemen Laufschuh sucht. Ich habe mir die YouShow Sneaker Socken Herren Damen 10 Paar kurze Halbsocken Quarter Baumwolle Unisex gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie sind aus weicher Baumwolle und sehr bequem. Die Socken sind auch sehr atmungsaktiv und sorgen dafür, dass meine Füße nicht schwitzen. Sie sind auch sehr langlebig und halten mehrere Waschgänge aus. Ich würde sie jedem empfehlen, der nach bequemen und langlebigen Socken sucht. Ich habe mir die Nooza 10 Paar Sneaker Socken für Herren und Damen gekauft und bin sehr zufrieden. Die Socken sind aus hochwertiger Baumwolle und sehr atmungsaktiv, was sie perfekt für den Sport macht. Sie sind auch sehr bequem und passen sich meinem Fuß perfekt an. Ich liebe es, dass es ein Multipack ist, sodass ich immer ein Paar zur Hand habe, wenn ich sie brauche. Ich empfehle diese Socken jedem, der nach einem bequemen und atmungsaktiven Socken für den Sport sucht. Ich habe die Nooza 10 Paar Sneaker Socken Herren Damen Baumwolle schwarz-weiß-grau-kurze Halbsocken Unisex bestellt und bin sehr zufrieden. Die Socken sind sehr bequem und die Größe passt perfekt. Sie sind aus weicher Baumwolle gefertigt und sehen sehr gut aus. Ich trage sie beim Laufen und sie halten meine Füße angenehm warm. Ich kann sie auch beim Sport tragen und sie sind sehr atmungsaktiv. Sie sind auch sehr langlebig und ich kann sie immer wieder waschen. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen SSERH EHK Sportschuhen. Sie sind sehr bequem und atmungsaktiv, sodass ich sie den ganzen Tag tragen kann. Sie sind leicht und sorgen für ein angenehmes Laufgefühl. Sie sind auch sehr stilvoll und passen zu jedem Outfit. Ich habe sie beim Laufen, im Fitnessstudio und sogar beim Spazieren getragen. Ich würde sie jedem empfehlen, der ein paar bequeme, atmungsaktive und modische Schuhe sucht. Ich habe mir die Original Basics 248 Paar Multi Sportsockenherren und Damen Coolmax gekauft und bin sehr zufrieden. Die Socken sind sehr bequem und atmungsaktiv, sodass meine Füße nicht schwitzen. Sie passen perfekt und halten meine Füße warm und trocken. Sie sind auch sehr langlebig und haben eine gute Qualität. Ich kann diese Socken jedem empfehlen, der nach einem bequemen und langlebigen Paar Socken sucht. Ich habe den ASICS Damen Gelnimbus 24 Sneaker 43.5 EU gekauft und bin sehr zufrieden. Der Schuh ist sehr bequem und passt perfekt. Er ist leicht und bietet eine gute Dämpfung, sodass meine Füße nach dem Laufen nicht müde sind. Das Design ist modern und stilvoll und passt zu allem, was ich trage. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann ihn jedem empfehlen, der einen bequemen, leichten und stilvollen Laufschuh sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.